jetzt los wird auch zwei widerliche schlachthaus ich bin direkt neben dem gen und eine dicke krähe kackt mir erst auf den kopf so auf dass es diesmal nicht leatherface wird er ist echt zu stark ja ich verdrück erst mal wenn du weißt wenn der killer ist krass gewonnen hätte siehst du der kann das ist ja endlich vom ding weg geschnappt ich gucke um mich und auf einmal steht er hinter mir packt mich ach du scheiße du wirst gerettet ja sehen er kommt glaube ich auf euch zu ich würde da weg gehen von dem jen ich habe mich mal schnell selbst er ist wieder durchs feld in eure richtung gegangen der eine typ müsste eigentlich auch in langsamer fertig sein den jen ich mache einen zweiten jen ich hab so schiss jetzt er scream ist aber geil gelegt geschnappt wieder geil ich bin direkt daneben das ist doch doll der jen ist auf jeden fall fast fertig alter der schnapp ein einfach weg auf fachs unternehmen gedrückt ich rette ja er ist bei dem gender so den schnell fertig gemacht und jetzt weg der andere jen wo wo das war schlecht ich bin genau in die finger geglitten hat es aber noch nicht das ist immer so ein dieser liebe entwickler fix diesen scheiße wenn ich da eine halbe stunde schon drüber gebraten bin will ich nicht noch gehillt werden das ist unlogisch da war ich weg ja aber ich finde gerade bei scream geht es eben nicht weil er so eine kurze klinge hat eigentlich schon hast recht ja und jetzt bin ich schon unten im feld und trotzdem kann er mich noch treffen das ist einfach voll unlogisch so ich heile mich ja gut ist das renn hier nicht so rum mann hier bin ich hinter dem baum muss ich nicht hinter dir bin ich und verdrückt ich jetzt nicht du musst schauen ob er kommt durch aber das problem ist halt der hat schon irgendwen gestalkt das habe ich gesehen doch er ist glaube ich rechts von dir aber weit weg die eine verhält sich sehr komisch ich glaube die bettelt ihn ja die bettelt ihn das heißt wir können ja eigentlich in ruhe fertig machen genau hinter uns aber auf der anderen seite der map ok und hinter uns so ein bisschen rechts und fällt ist einer und popelt auch am gen rum da könnten wir dann direkt noch hin konzentriere ich dass du nicht daneben drückt ich beobachte die hat mich vorhin so erschreckt scheiße jetzt ist es ja und da ist auch der jen da ist der jen ich mach den jen fertig wo ist der jen hier ist kein jen in dem in dem schlachthaus drin man sieht den keller er kommt auf euch zu er geht durch er kommt auf euch zu erst dort den anderen ich hätte die andere oder ich mach den jen in der mitte fertig ich mach den fertig der ist nämlich fast durch ich bin gleich fertig du kannst eigentlich retten ok mache ich renn dazu dadurch scheiße der typ der kommt zu uns egal rechts neben ihr ist der ausgang oder links habe ich nicht gesehen ich habe mir rechts gesehen der nächste auch noch aufgehängt den rette ich habe doch hier aber erst direkt davor ne ich weiß aber er verfolgt ne ne er kämpft ich mach auf also halb auf ne mach ja mach ganz auf die andere wird gerettet ok ich weiß nicht weiß nicht wo der ausgang ist scheiße erst bei mir shit ich mach noch nicht ganz auf ach du bist beim anderen ausgang siehst du den killer nein gerade nicht er ist glaube ich beim ausgang ich mach den anderen auf ihr müsst den anderen hochheilen er hat den hochgehoben shit ich mach ihn nur nicht ganz auf ja ja eigentlich könntest du den wieder retten er ist tot ok aufmachen ich mach auf ich geh blitz ok er ist weg blitz sie los warum kommt der nicht her ich würde gerne den hit von ihm kassieren aber das ist zu riskant den hit zu kassieren ne nicht dass er dich one hitten kann ja aber ich meine die heilt sich der andere ist tot ne das ist der killer ne naja ich seh ihn aber ich will den ablenken naja ist mir zu unsafe ok der andere ist geheilt also von daher ist es egal das heißt ich hau ab aber ne gute runde ah die andere ja ist auch am ausgang ja ja ich hab die gesehen deswegen ich wollte sie eigentlich herlocken aber sie versucht ihn noch zu blenden klappt aber nicht sie ist weg sehr gut coole runde ich finde eben aber auch scream ist halt so ein fairer killer das ist nicht so ja der hat auch einen niedrigen level gehabt nicht so ein ja naja ich hab eben super zusammengespielt moody die moody behausung das ist doch für jason jasons hütte so ich stehe ganz alleine im walde während ich den generator anschalte doch da kommt ein killer vorbei und hat mein er kommt von rechts das ist die geisterfrau shit sie hat mich natürlich gesehen ja mich auch wenn du sie weg lockst mach ich den jen weiter hm ich bin gleich im haken also warte mal wo ist denn der haken keine ahnung weg von dir mach weiter ne 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 kann sein dass sie jetzt wieder kommt ne 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 sie guckt in deine richtung sie mocht sich glaub ich gleich dahin ja sie macht ihren mochenmood mut äh mut mach mut mach mut mach den morphs mut run with the devil wetten dass sie mich wieder nimmt ne so alte camper schwan ja ist hinter dir her wenn du in die hütte kommst könnte man so ein bisschen austänzeln rechts von dir ja ich hab jetzt eine reingewamst aber sie geht außen rum mir ist jetzt egal ich versteck mich zum schrank ja sie ist weg nö sie ist immer noch hier ich hörte noch einen herzschlag ok ne sie ist weg sie ist bei dem jen du kannst rauskommen ich heil dich bleib da hock dich hin mach so lange den jen ja dann verdrückst du dich ne komm jetzt her lass das ok die müsste von mir aus hinten links kommen da ist sie gerade hin ist nicht fair von ihr na gut sie hat mich in ruhe gelassen ist eigentlich schon fair naja sie hat dich nicht mehr gefunden sie hat hier schon geguckt sehr gut ich hab auch noch meine reparaturkiste mit dem roten nagelneuen teil wow sie ist hier sie ist außen sie ist direkt vor der hütte hau ab switch ab oh Gott ich versteck mich hier ja ja versteck dich ich versteck dich mich ich versteck mich auch nur oh Gott oh Gott sie sucht hier in den schränken ich weiß am besten sag ich wir hauen irgendwie ab ne aber ich bewege mich jetzt einfach nicht ne ich auch nicht ich bin hinterm stein ist sie weg ja ne 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 sie schlonzt hier noch rum sie ist immer noch hier sie guckt immer noch in die Schränke guckt immer noch in die Schränke oh Gott oh Gott jetzt sie haut ab sie haut ab sie haut ab wir können wieder ich hab immer noch einen ganz lauten Herzschlag jawohl jetzt ist er weg ok ich mach weiter eigentlich kannst du weiter gehen ich hab ein dreiviertel das geht auch schneller wenn wir es so machen naja hast du recht die wird sich ärgern ey die ganze Zeit hier rum geschlonzt und dann von dir aus nach rechts abhauen ne ja ich guck mal nach hinten nicht dass sie von hinten jetzt angeswitcht kommt wo willst du hin wir hätten noch zusammen bleiben können ich hab mich nur kurz hingehockt seh dich doch noch in der Hütte müsste doch eigentlich auch noch ein Jen sein oder oben vielleicht aber da war er ist fertig der ist fertig da oben sie kommt von vorne sie kommt von vorne geh in die Hütte ich mach ihr Fluchtotem hier kaputt ok sie ist aber bei dir in der Nähe sie kam genau auf uns zu das Hexenhaus schlanz was ja das war mein Fluchtotem achso ok das heißt sie hat jetzt irgendwie weniger Power ne ja ich seh überhaupt keinen Jen mehr den ich machen könnte ich hör sie hier noch ich hab tierisch das gerade ok ich bin in der Hütte ich bin in ihrem Keller nö nö ah da hinten ist sie ok ich geh mal in ihre Killer Hütte vielleicht ist da ja was drin da bin ich ja ah hier ist noch einer hier ist noch einer bei mir da dann was heißt denn bei mir da rechts wo sie wo die hängen sozusagen aber dahin morph sie sich jetzt glaube ich äh nö sie kommt auf mich zu auf die große Hütte in der Mitte ja das heißt ich werde mich mal schön verpissen ich versuche den anderen immer zu retten irgendjemand ist angeschnetzelt ja ich rette du kannst EI wie lange brauchst du nur noch für den Jen ach direkt ich bin gar nicht im Jen weil sie da ist ok dann lass uns doch fertig machen hier schnell wo denn na direkt neben ihr wo die gerade hing ach so ok ach da draußen naja direkt wo die hing zwei Zentimeter daneben ich höre es glaube ich ich komme ah Hälfte sehr gut das schaffen wir und direkt neben dir ist der Ausgang rechts ja ok sie kommt auf uns zu das schaffen wir zieh durch ok so natürlich nicht ne ja das war dumme Nummer das gute ist es lenkt sie ab und da kommt sie schon zieh durch da bin ich oben da bin ich oben da bin ich ok ich lenke sie ab ich muss mich heilen du gehst zurück ich muss mich erstmal heilen oh sie ist bei mir oh sie ist bei mir wo ist das ungünstig ich versuche wieder dahin zu gehen ne sie folgt mir ok ich versuche dahin zurück zu gehen aha du bist ja direkt zum Jen naja ich weiß nicht wo ich hin soll jetzt halt diese die anderen machen auch ein Jen zu zweit ok gut aber deiner ist die lockt mich genau dahin wo du bist ja ja ich bin jetzt im Schrank sie haut dagegen ne macht sie nicht jetzt sie ist aber direkt vor mir ich seh es ja sie macht sich gleich ne ist immer noch da ja ja sie muss immer erst anhalten und dann macht sie sich weg jetzt kannst du eigentlich den Jen fertig machen was das bin ich nicht ok ich verstecke mich erstmal in heil mich ja ich bin dann tot ja dann hau doch ab verfolgt sie dich? ne den anderen glaube ich wo bist denn du siehst du mich? ne also ich seh einen ja das bin ich ich bin der der Humpelsch ja aber es gibt dort ne es gibt achso ja dann bleib mal da wo du bist ich komm zu dir und heil dich aber erstmal muss ich mich heilen soll ich den Jen fertig machen? dann muss ich mich auch erst heilen aber oh oh geh weg geh weg da ist der der wird angeschnetzelt da wo du hingehst der rennt auf dich zu ja komm in die Hütte hier rein versteck mich jetzt her hinter dir in der Hütte komm mal rein ich bin mir zu riskant nein der ist vor dir der Killer ah super ich bin gehalten danke mach auf ok ich versuch den Hit abzukriegen warum rennst du woanders hin? weil ich den retten will ach so mach auf mach auf ist der da drüben auch? ja sonst komm ich mit euch komm 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 zieh euch nicht ok renn raus jawoll wir haben es das kann sie nicht mehr schaffen ja ja bin draußen er auch hab den Hit abgefangen yes alle raus sehr gut sehr gut ja ich hab ihn rausgelotst sehr gut sehr gute Runde spannende Runde oh Level 13 Killer die Steffi die Steffi 83 hat aber gut gespielt und fair gespielt nicht gekämpft was hat sie denn gehabt? wir haben die wenigsten Punkte bekommen warum denn das? das ist frech das ist ziemlich frech wir haben die die Steffi lesen sagen wir haben die